Ein weiterer Selbstmordanschlag, Raketenangriffe. Sind das Zeichen der Stärke einer neuen Schlagkraft der Taliban? Auf jeden Fall. Die Taliban sind dabei, alle Gebiete zurückzuerobern, die sie nach ihrem Sturz im Anschluss an die Anschläge im September 2001 verloren hatten. Sie sind heute wieder so stark, wie sie es waren zu dem Zeitpunkt ihres Sturzes. Und wenn sie wollten, könnten sie auch die Hauptstadt Kabul einnehmen. Das tun sie aber nicht, weil dann natürlich die internationalen Reaktionen sehr heftig ausfallen würden. Aber die Taliban sind die neuen Machthaber in Afghanistan, das muss man sagen. Und inwiefern ist daran die afghanische Regierung schuld? Die ist ja auch eher schwach, die Regierung um Präsident Ghani, oder? Die Regierung um Präsident Ghani ist im Grunde genommen lediglich zuständig für die Hauptstadt Kabul. Sie hat darüber hinaus wenig Einfluss. Afghanistan ist ein Land, das stark von ethnischen Gruppen geprägt wird. Und die meisten Gebiete im Land sind Gebiete, in denen Pashtun die Mehrheitsbevölkerung leben. Und dort haben die Taliban mittlerweile wieder Oberwasser. Nur im Norden des Landes gibt es etwa 10 Prozent nicht-pashtunische Bevölkerung. Und dort haben die Taliban einen harten Stand. Aber selbst dort herrschen Anarchie und Chaos. Es war ein großer Fehler der internationalen Staatengemeinschaft, auf eine Regierung in Kabul zu setzen, die möglichst pro-westlich ist, möglichst dem Westen das erzählt, was er gerne hören möchte, dass es immer stabiler werde in Afghanistan. Aber wie gesagt, über die Hauptstadt Kabul hinaus reicht der Einfluss dieser Regierung nicht. Es ist im Grunde genommen nüchtern besehen, ein Desaster, das seit 2001 in diesem Land Krieg geführt wird. Ein Ende ist nicht abzusehen. Und die Taliban sind nicht ansatzweise geschwächt. Die Taliban haben also in vielen Orten die Macht. Die Regierung ist schwach. Jetzt ist es ja so, dass auch der NATO-Abzug auch schon wieder vom Tisch ist. 12.000 NATO-Soldaten bleiben im Land. Das deutsche Kontingent wurde sogar aufgestockt auf fast 1.000 Soldaten. Was können denn die NATO-Soldaten in Afghanistan jetzt überhaupt noch erreichen? Sie sagen ja, seit 2001 ist die Lage eigentlich katastrophal. Ja, eigentlich können sie nicht viel erreichen. Wenn man sich ja mal anguckt, was zum Beispiel die Bundeswehr geleistet hat in den letzten Jahren, so muss man sagen, dass sie in weiten Teilen, wenn wir an Kunduz denken, beispielsweise im Norden Afghanistans, aus ihrer Garnison ja gar nicht mehr herausgekommen ist. Sie war überwiegend damit befasst, sich selber zu sichern, aber hatte kaum noch die Aufgabe, in irgendeiner Weise ins Gelände hinaus zu gehen. Es ist in gewisser Weise Kosmetik, die man hier betreibt. Die westlichen Staaten, die NATO, die ISAF mögen sich aber nicht eingestehen, dass man einen großen Fehler gemacht hat, 2001 in einen Krieg hineinzugehen, ohne ein Kriegsziel zu benennen und ohne eine Exit-Option zu benennen und zu kennen. Jetzt sagt die Verteidigungsministerin von der Leyen, wir werden so lange in Afghanistan bleiben, wie es die Sicherheitslage erfordert. Also mit anderen Worten, das kann noch über Jahre so weitergehen, ohne dass es politisch oder militärisch Sinn machen würde. Und das wirklich Erstaunliche ist, dass man aus diesen Fehlern nicht lernt, sondern jetzt in Syrien nahtlos dieselbe Strategie übernimmt, ohne Plan, ohne Perspektive, ohne Exit-Option in einen Krieg hineingehen. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei Afghanistan. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt ja, er will mehr afghanische Flüchtlinge aus Deutschland ihre Heimat abschieben, weil es dort sichere Gebiete gäbe. Wie sehen Sie das? Naja, mit den sicheren Gebieten in Afghanistan ist das so eine Sache. Nehmen wir Kunduz im Norden, wie schon erwähnt, Afghanistans, wo die Bundeswehr damals und immer noch tätig ist, in Ansatzweisen noch tätig ist. Mittlerweile sind dort die Taliban wieder sehr, sehr einflussreich. Wo diese sicheren Gegenden sein mögen in Afghanistan, möge der Innenminister darlegen. Wenn man sich die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes durchschaut, stellt man fest, dass Afghanistan insgesamt sehr instabil ist. Von einer Reise dorthin wird dringend abgeraten. Das Land ist instabil und wird es bleiben. Es braucht eine neue Strategie. Und dazu gehört leider auch, mit den Taliban zu verhandeln. Heißt das denn, dass man muss mit mehr Flüchtlingen aus Afghanistan rechnen, wenn die Lage so instabil ist? Davon muss man wohl ausgehen. Sie sind ja auch schon unterwegs und eigentlich die zweitgrößte Gruppe nach den Flüchtlingen aus Syrien. Und klar, die Menschen in ihrer Perspektivlosigkeit, nicht nur aufgrund der schwierigen Sicherheitslage, sondern auch aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven. Michael Lüders, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Einschätzungen zur Lage in Afghanistan.